Und hier geht's weiter mit Technik und Elektronik und eins ist ganz sicher, Apple-Freunde kommen jetzt zu 100% auf ihre Kosten, denn in dieser Sendung, in den nächsten 30 Minuten haben wir nur Apple-Produkte. Drei iPhones der Extraklasse zu einem Preis, den Sie noch nie gesehen haben und am Ende der Sendung haben wir auch noch zwei iMac und diese Preise hätte ich nicht für möglich gehalten. Was wir genau haben und wie diese Preisstruktur überhaupt möglich ist, das wird Ihnen jetzt Herr Ingo erklären. Ja, wir fangen an mit einem iPhone SE und das ist ein ganz besonderes Telefon. Das ist refurbished, das heißt es war schon mal im Gebrauch und wurde dann wieder aufbearbeitet hier. Das ist unsere erste Wahl, das heißt es ist optisch und technisch einwandfrei und dadurch können wir Ihnen hier einen super Preis geben. Merbe, du hast auch ein iPhone, ne? Ja, ich habe auch ein iPhone. Was hast du für dein iPhone bezahlt? 1300 Euro oder so. Das kosten die normalerweise, ne? Sehr viel, ja. Ja, und das hier ist doch ein richtig schickes iPhone. Das ist also das iPhone SE, das ist noch ein bisschen kleiner vom Bildschirm. Ich finde das sehr praktisch, weil dann kann man das auch mal in die Hosentasche stecken. Hat aber auch natürlich dieses, schauen Sie mal, dieses wundervolle Display drin, die Farben und alles, was Sie da sehen, an Apps nennt sich das, an Programmen, ist bereits vorinstalliert. Das heißt, Sie können sofort loslegen mit FaceTime, mit einer hervorragenden Kamera, mit Internetbrowsen natürlich. Alles, was Sie von einem Smartphone erwarten kann, dieses Handy. Und das in einer super Qualität, weil Apple legt immer Wert darauf, dass das eben sehr, sehr innovativ ist. Das heißt, da kann man sich ransetzen und sofort loslegen. Das ist das Tolle da dran, ne? Was machst du denn alles mit deinem iPhone? Alles, also vom Arbeiten, Fotos machen, Lernen. Also ich lerne auf dem Handy. Also ich mache auf meinem Handy alles. Mein Handy ist mein Leben. Ja, und das ist bei vielen so. Und gerade heutzutage braucht man ein Handy ja schon praktisch für Homebanking. Ist dann immer so ein Code, der kommt, ne? Oder wenn man mal mit der Bahn fährt oder ein Flugticket. Das kann man alles, kann man alles hier auf diesem Handy eben machen. Deswegen sind Handys so beliebt. Und jetzt hier haben wir eben ein iPhone, ein Apple iPhone, zu diesem absoluten Hammerpreis von 123,50 Euro. Neuestes Betriebssystem drauf. Ist also kein altes Gerät, wo Sie nicht die neuesten Sachen drauf machen können. Da können Sie alles drauf machen. Und schauen Sie mal hier, wie das aussieht. Das liegt auch super in der Hand. Also es hat wirklich die perfekte Größe für Hand, Hosentasche, egal was. Und was ich beim iPhone auch wirklich toll finde, ist, dass man ja Bahnkarten, Flugtickets und so weiter auf einer App speichern kann, die ja von Apple auch konstruiert wurde. Also es gibt wirklich, es gibt so viele Apps, die einem das Leben erleichtern durch diese Apple Software. Und auch bei so einem kleinen Handy ist die Kamera einfach das Highlight. Also ich meine, mit so einem kleinen Handy ein kleines Fotoshooting machen zu können oder einfach Momente aufnehmen zu können, die einem wichtig sind, in schöner Qualität, finde ich, ist ein ganz großer Punkt. Ja, es werden ja sogar Kinofilme heute gedreht mit dem iPhone. Das muss man sich mal vorstellen, ein Kinofilm, der auf so einem Handy gedreht wurde, so gut ist die Kamera hier drin. Und ich sage mal, für 123 Euro und ein paar zerquetschte, ist das wirklich der Hammer, was wir Ihnen hier anbieten können. Ein iPhone für 123,50 Euro und nicht für über 1000 Euro. Das hier ist ein wirklich, wirklich toller Preis. Wir schauen mal auf Völl.de, was es da normalerweise schon kostet. Ja, da sehen wir knapp 160 Euro. Übrigens, die unverbindliche Preisempfehlung liegt hier bei 489 Euro. Und 123,50 Euro muss auch ich, alter Esel, sagen, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Vielleicht auch für den einen oder anderen, der jetzt wann denkt, die Kinder oder die Enkel mit ihrem ersten Handy auszustatten, ist das natürlich jetzt auch ein Preis, der akzeptabel ist. Ich meine, es muss nicht immer gleich 1000 Euro sein, die man da auf den Tisch legt. Also ich finde, es beeindruckt mich gerade selbst für den Preis. Ich habe noch nie ein iPhone, also auch, wenn man die im Internet weiterverkauft, dann kann man ja immer noch relativ viel verlangen, egal wie alt sie sind. Und 123 Euro für so ein schönes, einmal überholtes Handy, welches im Top-Zustand ist. Und jetzt müssen wir ganz mal kurz vorlesen, was in der Grafik steht. Schauen Sie mal oben rechts, Generalüberholt, erste Wahl wie neu. Also von einem Neugerät fast nicht zu unterscheiden. Was ich auch wichtig finde, und das müssen Sie natürlich auch wissen, es ist ganz einfach, die Handhabung ist wie bei einem Neugerät. Zum Beispiel natürlich auch 24 Monate Gewährleistung. Also man kauft nicht wie gesehen, und wenn es nach einem halben Jahr kaputt gehen würde, ja, schade, nein, 24 Monate Gewährleistung. Und dementsprechend ist man ja auch, selbst bei dem kleinen Preis, immer auf der sicheren Seite. Das ist es ja. Man ist auf der sicheren Seite. Das ist anders, als wenn Sie jetzt auf der Internet-Auktionsseite sich das holen, oder auf dem Flohmarkt oder von einem Nachbarn. Da haben Sie diese Gewährleistung nicht. Bei uns haben Sie die Gewährleistung. Wir stehen mit unserem Namen dahinter. Und es ist ein Hammerpreis, vielleicht auch für Leute, die schon immer mal überlegt haben, Mensch, alle meine Freunde lieben ihr iPhone. Ich habe kein iPhone. Vielleicht ist da was Besonderes dran, das einfach mal auszuprobieren. Sie werden es lieben, sie werden es zu schätzen wissen. Oder wie du gesagt hast, wenn die Kinder jetzt in die Schule kommen im Sommer, ihr erstes Handy und dann gleich ein iPhone, da wird also Tränen werden kullern, wenn sie ihnen so ein tolles Handy da geben können. Oder eben auch mal, wenn man vielleicht noch nie ein Handy hatte, dann ist ein iPhone der ideale Einstieg. Weil da, wie du sagtest, das ist alles von Apple entwickelt und passt zusammen. Es ist also, die Abstimmung passt und es ist sehr, sehr einfach und intuitiv. Das sind große Symbole und die Qualität ist einfach beeindruckend hier bei diesem Handy. Ja, selbsterklärend und fast von selbst zu bezahlen. Ja, 123,50 Euro. Geben Sie sich ruck und ruck. Wir sind hier und das sind ja hier generalüberholte Geräte auf den letzten Stückzahlen. Natürlich ist die Nachfrage bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis unglaublich hoch. Deshalb sage ich Ihnen jetzt schon, die Bedienungsanleitung, die ist dabei und die braucht man eigentlich gar nicht. Die Bestellnummer, die sage ich Ihnen. REF 4091 und die 569. Nochmal unverbindliche Preisempfehlung. 489 Euro. Ihr Preis exklusiv für Sie als Pearl TV Zuschauer. 123,50 Euro. Ich bin mir sicher, dieses Foto, das Sie gerade gemacht hat, wird zu 50% wunderschön. Danke, Ralf. Ja, 25,25. Ja, genau, genau, richtig gut. Die 50% waren ja nicht drauf. Die anderen 50% waren nicht drauf. Nee, es ist einfach unglaublich, dass wir diesen Preis Ihnen hier anbieten können für ein Apple-iPhone. Nochmal, es ist ein Original-Apple-iPhone. Wie neu, Sie haben es in der Beschreibung gelesen, für 123,50 Euro. Das gibt es sonst nirgends. Ideal als Einsteiger-Handy oder um es mal auszuprobieren. Mensch, an der Apple-Welt muss irgendwas dran sein. Oder vielleicht auch mal für die Kinder, wenn die mal ein Handy brauchen. So, jetzt kommen wir zu einem weiteren generalüberholten Gerät. Also wieder erste Wahl von einem neuen Gerät, fast nicht zu unterscheiden. Aber schon, ich glaube, Typ iPhone 7. iPhone 7, das ist jetzt ein bisschen andere Form, ein bisschen größeren Bildschirm. Wir haben es hier stehen. Ich gebe dir das auch mal, Merve. Sehr gerne. Und so sehen die aktuellen iPhones auch aus. Das heißt, da hat sich an der Form dann nicht mehr viel verändert. Das ist wieder ein generalüberholtes iPhone 7. Ich bin auch wieder ganz, ganz aktuell mit dem aktuellen Betriebssystem drauf. Mit diesen ganzen Programmen. Die sind da alle drauf. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Da können Sie sofort loslegen mit, ob das jetzt Internetbrowsen, mal ein Spiel machen. Da hat eine hervorragende Kamera auch wieder drin. Vorne und hinten übrigens. Das ist ja auch wichtig. Machst du viel FaceTime? Ja. FaceTime ist dieser Video-Chat. Genau, eine gute Freundin von mir wohnt sehr weit weg und wir können uns nur so sehen. Und dann machen wir bestimmt zweimal die Woche FaceTime. Und dafür finde ich, ist eine gute Kamera sehr wichtig. Weil man will sich ja, wenn man sich schon nicht live sehen kann, dann will man sich irgendwie per Kamera gut sehen. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen so Lebensqualität, wenn man immer eine gute Kamera bei sich hat. Ja, das ist eine Sache, die wirklich sehr, sehr beliebt ist. Und FaceTime gibt es nur bei Apple-Geräten. Das ist die Videokonferenz-Software von Apple, die eben auch durchdacht ist und nur mit iPhones bzw. Apple-Geräten funktioniert. Mit der hervorragenden Kamera. Das wird immer aktueller. Jetzt gerade in diesen Zeiten, wo man sich vielleicht nicht sehen kann aufgrund irgendwelchen Bestimmungen, ist das sehr, sehr einfach, damit dann eben einen Video-Chat sozusagen zu machen. Da können Sie nicht nur telefonieren, sondern sich gleichzeitig auch noch sehen. Wir haben bei uns, Ralf, du weißt das und hier im Studio wissen das, wir treffen uns, ich treffe mich mit meinen Freunden einmal die Woche abends auch zum Doppelkopf-Spielen. Aber wir sind nicht im gleichen Ort. Ich sitze hier in Dassel mit meiner Freundin in Hannover. Einer sitzt bei München irgendwo. Und wir spielen Doppelkopf mit einer App und gucken uns dabei gleichzeitig an. Das ist wirklich so, als wenn man am Tisch sitzt. Das ist unglaublich, wenn Sie das noch nie ausprobiert haben. Das macht einen Riesenspaß. Das kann man auch mit mehreren Leuten machen. Also auch wenn Sie Doppelkopf-Spieler sind, ist das iPhone die richtige Sache. Ich habe mal eine Expertenerklärung gesehen. Und da hieß es, der Experte wurde gefragt, warum sollte es ein iPhone sein? Und dann habe ich mit einer unglaublichen Erklärung gerechnet. Und er hat so ganz trocken gesagt, weil es ein iPhone ist. Und genau das ist der Punkt. Das ist ein iPhone zu einem bezahlbaren Preis hier. Beim iPhone 7 haben wir eine unverbindliche Preisempfehlung von 760 Euro. Schauen Sie auf den Preis. 169,99 Euro. General überholt. Erste Wahl vom Neugerät. Fast nicht zu unterscheiden. 24 Monate Gewährleistung. Neustes Betriebssystem. Tolle Kamera. Siri Retina Display. Man hört gar nicht mehr auf. Man hört auch nicht auf zu schwärmen. Apple macht da die beste Technik rein. Ich sage Ihnen noch die Bestellnummer. REF 4089 und die 569. Jetzt kommen wir zu einer absoluten Ausnahme in dieser Sendung. Und da steht vor mir, dieses Gerät, dieses iPhone ist fabrikneu. Das hat noch nie ein Mensch vor Ihnen in der Hand gehabt. Richtig. Ein fabrikneues Apple iPhone. Und Apple ist ja immer sehr restriktiv mit seinen Preisen. Das ist immer das Gleiche. Ich weiß nicht, wie es unsere Einkaufsmanager geschafft haben. Das ist ein aktuelles iPhone SE. So wird das heute in den Apple-Läden verkauft. Und ich gebe dir das auch mal. Ja. Das ist ein Neugerät, was wir Ihnen jetzt eben auch zu diesem absoluten Hammerpreis verkaufen. 429 Euro. Das kostet ein normales Mittelklasse- oder Unterklasse-Handy im freien Handel. Aber hier bekommen Sie ein aktuelles iPhone zu diesem Preis von 429,99 Euro. Der Neupreis hier liegt deutlich höher. Ich kann das jetzt nennen, wie ist der Neupreis von dem? Um 10 Prozent sparen wir euch. Also 10 Prozent sparen wir euch. Und kannst du mal versuchen, bei Apple bei Neugeräten 10 Prozent Rabatt zu bekommen. Ja, ja. Das ist unmöglich. Da musst du höchstens noch mal drauflegen, dass du es gleich bekommst. Hier, wichtig, alles, alles gleich gelieferbar. 429,99 Euro ist hier der TV-Sonderpreis. Und Sie sehen auch, wie selbstverständlich Merbe mit einem iPhone umgeht. Und zwar egal welches. Und das ist ja auch schön. Also bei dem iPhone, die Technik ist überall gleich. Man muss sich also nicht neu einlernen, wenn man ein neues Handy hat. Sondern man ist es schon gewohnt. Und wenn Sie noch nie ein iPhone in der Hand haben, und das kann ich Ihnen jetzt auch aus eigener Erfahrung sagen, es ist selbsterklärend. Es ist selbsterklärend. Es fühlt sich ausgesprochen hochwertig und edel an. Und das ist es auch hier. Also es ist so intuitiv durchdachte, macht Apple das hier mit seinen iPhones. Das waren auch die ersten, die überhaupt rausgekommen sind. Und Sie haben das gesehen, Merbe geswitcht hier von einem iPhone zum nächsten. Das ist alles gleich von der Bedienung. Und dieses hier ist halt eins von der aktuellen Generation. Hat eben auch jetzt diese andere Form als das SE, was wir eben zuerst gezeigt hatten. Hat ein Retina-Display. Retina bedeutet ja im Prinzip Netzhaut. Und das heißt, das hat so eine tolle Auflösung, dass Sie hier keine einzelnen Pixel mehr sehen. Also kleine Bildpunkte, sondern das sieht wirklich aus wie ein Foto. Und die Farben sind, wir haben mehr Farben bei einem Retina-Display als mit einem normalen LCD-Display. Und das sieht man sofort. Also nicht nur jetzt, weil da Apple draufsteht, sondern auch, wenn man auf den Monitor guckt. Also ich finde gerade auch das Äußere der iPhones immer sehr, sehr schön. Also hier dieses Design, das ist ja kein mattes Schwarz, sondern das ist so ein schönes glänzendes Schwarz. Und es sieht einfach edel aus. Und dass ein Handy edel aussieht, das ist ja auch irgendwie so ein Luxusfaktor. Ich meine, man kann dann sagen, mein Handy sieht edel aus. Das ist ja letztendlich nur ein Handy. Und wie gesagt, die Grafik ist natürlich top. Also egal wo, bei Tag und Nacht, man sieht immer den Bildschirm. Und man kann ja wirklich sagen, Apple-Geräte sind Statussymbole. Aber in diesem Fall Statussymbole, die man sich leisten kann. Statussymbole haben normalerweise immer den bitteren Meigeschmack, dass sie unbezahlbar sind. Hier machen wir es bezahlbar. 429,99 Euro für ein Fabrik neues iPhone SE der neuesten Generation. Und das ist der Wahnsinn. Ich sage Ihnen hier auch die Bestellnummer, die ZX 4093 und die 569, da ist auch noch Herstellergarantie drauf. Also auch da selbstverständlich auf der sicheren Seite. Und viel Geld gespart. Und ich bedenke, geh doch heute wirklich nicht nur in den Apple Store, auch woanders in den Computer laden. Und sag mal, ich möchte das sofort lieferbar. Und dann möchte ich noch mindestens 10, vielleicht noch ein besserer 20 Prozent Rabatt. Die lachen dich aus, oder? Ja, gerade im Apple Store. Die haben ja feste Preise normalerweise. Ich weiß wirklich nicht, wie sie das gemacht haben, dass sie hier diesen Sonderpreis für sie rausgehalten haben. Sie können übrigens mit all unseren Apple-Produkten jederzeit in einen Apple Store gehen. Weil Apple ist das egal, wo sie das gekauft haben. Die wollen nur glückliche und zufriedene Kunden. Und du bist ein glücklicher und zufriedener Apple-Kunde, ne? Auf jeden Fall. Hast du den Support schon mal benutzt von denen? Ja, bei meinen Kopfhörern. Und die wurden ausgetauscht. Ganz problemlos, ne? Das muss man wirklich sagen, dass der Apple-Service sehr kulant ist und eben sehr darauf achtet, dass die Kunden zufrieden sind. Und wenn man jetzt hier ein iPhone für so einen unschlagbaren Preis kauft und dann irgendein Problem hat und dann noch so einen kulanten Service hat, das ist ja wirklich alles in allem. Mehr will man noch gar nicht. Ja, das ist es. Das ist denen eben egal. Die sind stolz auf ihre Produkte und denen ist egal, wo sie das kaufen. Auch hier natürlich wieder 24 Monate Gewährleistung von uns für ein nagelneues iPhone SE. Ingo, und was ich jetzt gerade sehr, sehr schön finde an Merbe, und das bestätigt meine Meinung. Ich habe schon mit so vielen Apple-Jüngern, ich nenne sie immer Apple-Jünger, gesprochen. Es gibt keinen, der unzufrieden ist. Es ist jeder zufrieden, auch wenn er mal Probleme hat, Probleme gibt es überall, die werden gelöst von Apple. Und hier wird es auch sein. Und Sie haben ein Problem weniger, nämlich den Preis. Sie bekommen den TV-Sonderpreis von 429,99 Euro für ein nagelneues iPhone SE. Hier sehen wir auch den großen Speicher mit 64 Gigabyte. Dann haben wir natürlich, da sehen wir kabelloses Laden. Das heißt, es ist auch G-fähig. Das ist ja auch schön, dass ich mit Magnetfeld praktische Induktionsspannung laden kann und solche Sachen. Und das ist eben neueste Technik. Ein Apple iPhone SE für 429,99 Euro. Ich behaupte jetzt einfach mal, Fabrik Neu gibt es dieses zu diesem Preis nur bei Perl TV. Ja, und das ist alles selbsterklärend. Man kommt da sofort rein, hier haben wir mal die Karte. Das ist alles sofort da und eben selbsterklärend. Schauen Sie mal, er hat hier gesehen, wo wir sind. Das ist unser Studio von oben, ein Satellitenbild. Einfach mal draufgedrückt. Da sind wir jetzt genau. Das stimmt sogar, 100 Prozent. Das ist der Hammer. Also jetzt sehen Sie mal, was wir für ein Dach über dem Kopf haben. Ich sage Ihnen noch mal die Bestellnummer, die ZX4093 und die 569. Jetzt kommen wir für mich zur Königsdisziplin von Apple, nämlich zu den All-in-One-Lösungen. Die haben wir hier drüben. Laufen wir mal rüber. Das nennt sich iMac, also All-in-One. Wir haben zwei verschiedene Varianten da. Ich muss sagen, sie sind beide wunderschön und endlich auch bezahlbar. Ich nenne Ihnen hier bei unserem ersten Produkt mal die unverbindliche Preisempfehlung. Also das, was Apple vorschlägt. 2.199 Euro. Ja, das ist unglaublich. Und jetzt schauen Sie auf unseren Preis. Unter 1.000 Euro. Eigentlich unmöglich. Wir machen es möglich. Wie machen wir das, Ingo? Es ist ein Refurbished-Gerät wieder. Das heißt, es war schon mal in Gebrauch. Und dadurch konnten wir jetzt diesen günstigen Preis für Sie eben kriegen. Das wurde natürlich auch wieder aufbearbeitet hier. Erste Wahl. Das heißt, optisch und technisch einwandfrei. Der iMac ist ein Rechner, der in einem Stück kommt. Schauen Sie mal, wie der von der Seite aussieht hier. So flach ist der. Und hier haben wir jetzt tatsächlich den ganzen Rechner drin. Wir haben hier Festplatte drin. Wir haben den Rechner drin. Wir haben Lautsprecher drin. Ausgezeichnete Lautsprecher. Und der ist so schön, dass man den sogar mal auf den Tisch mitten in den Raum stellen kann, weil der von allen Seiten sehr, sehr schick ist. Sie sehen, es ist kein Kladderradatz dran, sagt man in Bremen. Das heißt, wir haben keine extra Lautsprecher, die wir brauchen. Wir haben keine Kabel, die rausgehen und reingehen. Das einzige Kabel, was wir haben, hier, schauen Sie mal hier unten, ist das Strohkabel. Das ist das einzige Kabel. Er hat WLAN. Er hat alles, was wir brauchen hier. Und das ist jetzt die TV-Premiere übrigens von diesem iMac. Dieser ist ganz, ganz neu im Fernsehen bei uns. Hat eine 1 Terabyte große Festplatte und einen QHD-Bildschirm. Also QHD-Auflösung. Das ist doppelt so groß wie Full HD. Also sehr, sehr gute Auflösung. Ich meine, der Bildschirm ist fantastisch. Und Merve, du hast auch einen iMac, ne? Ich habe aber leider nicht den 999,99 Euro dafür bezahlt, sondern den originalen Preis. Aber es lohnt sich einfach. Hast du einen 27 Zoll oder hast du den kleineren? Nee, ich habe genau den großen. Weil viele kommen ja irgendwo rein, sehen einen 27 Zoll Bildschirm und sagen, boah, ja. Selbst wenn man ihn von hinten sieht, man sieht ja den angebissenen Apfel. Mensch, kannst du dir sowas leisten? Ja, sie können es sich leisten. Das ist wirklich... Für 999,99 Euro. Ein iMac für unter 1.000 Euro. Ja, als ich diesen Preis gesehen habe, ich habe ihn erst mal nicht geglaubt. Und ich habe ihn hinterfragt. Wo ist der Haken? Ja. Kein Haken. Erste Wahl von einem Neugerät, so gut wie nicht zu unterscheiden. 24 Monate Gewährleistung, aktuelles Betriebssystem, hohe Auflösung. Und gerade bei der Größe, ich muss immer ein bisschen schmunzeln, Merve wird uns jetzt auslachen. Aber wir haben noch erlebt, dass in der Familie, im Wohnzimmer, der Familienfernseher kleiner war, als hier jetzt der Bildschirm ist. Ja, 27 Zoll sind tatsächlich 68,6 Zentimeter. Unser Fernseher früher waren 66 Zentimeter. Das heißt, schauen wir mal hier die Auflösung nebenan. Das Bild, was hier drin ist. Und wir gucken ja auch gerne mal einen Film. Wir brauchen große Arbeitsflächen. Das hast du letztes Mal gesagt, Merve. Ja. Dass du diese große Fläche auch nutzt, ne? Ja. Also ich lerne und arbeite an meinem iMac und dieser riesen Bildschirm ermöglicht es eben, mehrere Tabs zu öffnen. Und ich mache mir immer den Safari-Tab, also das Internet auf und dann meine Notiz-App und man kann alles gleichzeitig machen. Und was eben auch wieder dieses Apple-Ding ist, ist die tolle Auflösung. Also das ist wirklich, das Bild, ich meine, es ist gestochen scharf. Das ist jetzt irgendein schönes... Ich finde das jetzt wirklich lustig. Ich meine, ich glaube ja, Merve, dass er unglaublich fleißig ist. Aber wenn man Merve jetzt zuhört, dann ist sie nur am Lernen, 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 Lernen. Könnte es sein, dass du drei Minuten am Tag vielleicht auch mal ein 4K-Video anschauen willst oder einen Streaming-Dienst? Nur die Frage, ich wollte nur wissen, ob was dafür geeignet ist. Oder arbeitest du wirklich nur an deinem iMac? Ne, ich gucke auch sehr gerne Videos, YouTube-Videos, Filme. Also ich meine, das ist ja wirklich ein universelles Gerät. Darauf kann man jetzt... Ich hatte in meiner alten Wohnung keinen Fernseher und habe auf meinem iMac Filme geguckt oder Fernseher geguckt, weil ich eben keinen Fernseher hatte. Und ich meine, der ist ja so groß, ist ja wie ein Fernseher. Und die Qualität stimmt ja, das ist es ja. Ja, auch der Klang, da sind Boxen drin. Ich weiß gar nicht, wo die Boxen sind hier, aber die klingen einfach fantastisch. Wo sind die? Weißt du, wo die sind? Ja, hier unten drin, ne? Ja, hier unten. Also unglaubliches Gerätchen mit 27 Zoll, riesengroßer Bildschirm, der eben auch mehr Arbeitsfläche gibt. Das ist, was du gesagt hast. Sie können auf einer Hälfte ihr Text schreiben, auf der anderen Seite im Internet nachgucken und lernen. Es macht einfach Spaß, an so einem großen Bildschirm zu arbeiten. Und das eben auch noch so super, super schick. Also ich finde den unglaublich gelungen und toll. Ja, gerade bei diesem Preis-Leistungs-Verhältnis bin ich sicher, dass wir den ganz schnell ausverkauft haben. Den haben wir natürlich nur in begrenzter Stückzahl. Ich sage Ihnen noch mal kurz die unverbindliche Preisempfehlung. Also den Preisvorschlag von Apple. 2.200 Euro. Jetzt schauen wir auf Pearl.de. Dort schon günstig mit knapp 1.100. Aber Sie, exklusiv als Pearl-TV-Zuschauer, sparen jetzt noch mal 100 Euro. Ihr Preis unter 1.000 Euro, 999 Euro. Kommt selbstverständlich Porto und Versand kostenfrei zu Ihnen. Und denken Sie daran, auch die Behandlung ist wie bei einem Neugerät. 24 Monate Gewährleistung. Neuestes Betriebssystem von Apple. Ich weiß gar nicht, wo die gerade sind. iOS. 14, glaube ich. Wie viel? 14. 14. Also auf jeden Fall aktuelles Betriebssystem drauf für diesen Preis. Eigentlich unglaublich. Es ist einfach alles durchdacht. Und das ist egal, ob Sie jetzt Fotos gucken, Fotos ein bisschen nachbearbeiten wollen, das alles in Text reinmachen, vielleicht eine Einladung schreiben wollen zu Ihrem Geburtstag. Es passt alles zusammen. Sie können alles hin und her schieben, hin und her ziehen. Es ist selbsterklärend. Sie kriegen die ganzen Programme mit. Schauen Sie mal hier unten. Diese ganze Liste von Programmen kriegen Sie mit dazu. Da ist alles dabei, was Sie brauchen, um sofort loszulegen. Und es macht einfach Spaß. Es ist sehr einfach reinzukommen, weil das alles durchdacht ist. Da brauchen Sie keine Computerklasse zu besuchen. Und damit kann man im Prinzip sofort loslegen und produktiv arbeiten. Ich weiß hier, unsere Regieleute arbeiten auch alle mit Apple. Das ist also ein professionelles Gerät, was aber so einfach ist, dass man da sofort reinkommt. Und das hier eben auf dieser Mordsarbeitsfläche. Also ich wäre froh, wenn ich so einen Bildschirm hätte. Und das hier jetzt alles, so ein Bildschirm alleine kostet ja schon mehrere hundert Euro. Und hier ist eben nochmal alles zusammen in diesem tollen, tollen Gehäuse. Ich habe es eingangs gesagt, eigentlich die Königsdisziplin für mich, der Mac, der iMac. Und hier sehen wir auch nochmal reine technischen Daten, i7-4-Kernprozessor. Ja, dann das Betriebssystem war gerade aufgeführt. Wir haben diesen großen Arbeitsspeicher. Wir haben die riesengroße Festplatte, die du gesagt hast. Wir haben eine tolle Grafikkarte. Wir haben eine Kamera drin sogar. Also auch für FaceTime oder Videotelefonie kann man das nutzen. Es ist einfach ein Traum, der wahr werden kann. Und jetzt nicht für über 2000 Euro. Das ist der Preis, den Merve für Ihren bezahlt hat, sondern Sie sind clever. Sie schauen Pearl TV. Und ich sage immer wieder so, was Handrückläufer kaufen ist, oder hier in dem Fall generalüberholte Geräte kaufen, ist cleveres Kaufen. Das gilt für alle Windows-Produkte, aber natürlich auch für die Apple-Produkte. Hier die Bestellnummer ist die REF 4094 und die 569. Und den Preis, den wiederhole ich gerne noch einmal, weil er eigentlich so unglaubhaft ist. 999 Euro und 99 Cent für diesen 27 Zoll iMac. Ingo, wem würdest du den empfehlen? Also den kann ich bedenkenlos jedem empfehlen. Ich kann von Anfänger bis zum Profi. Von Anfänger bis zum Profi. Wie gesagt, unsere Profis arbeiten mit solchen Rechnern, aber Anfänger werden sich hier sofort zurechtfinden. Genauso wie beim iPhone ist hier alles durchdacht von Anfang an. Das sind alles Apple-Programme. Da arbeitet alles ganz problemlos miteinander. Sie brauchen keine Treiber zu installieren, sich keine weitere Software zu besorgen. Überlegen, ob das mit Ihrer anderen Software zusammen funktioniert. Ganz, ganz toll. Wir haben noch einen iMac und dieser iMac ist jetzt unser ganzer Stolz, kann ich mal sagen. Also auf den ersten Blick eigentlich nicht unbedingt zu unterscheiden vom Vorgängermodell. Aber ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist jetzt der große Bruder, oder? Das ist der große Bruder, der hat von den Bestandteilen noch mal eine Schippe raufgelegt. Wir haben also bei dem einen, den wir Ihnen vorhin gezeigt hatten, bei diesem hier, hatten wir eine Festplatte, die war ein Terabyte groß. Hier haben wir eine Festplatte, die ist zwei Terabyte groß. Also nochmal doppelt so groß. Und wir haben hier bei diesem Rechner auch jetzt ein Retina-Display, ein 5K-Retina-Display. Das heißt, wir haben nochmal ein bisschen mehr Power drin. Das heißt, der Bildschirm selber hat, wie gesagt, Retina bedeutet Netzhaut. Der Bildschirm selber hat also überhaupt keine Bildpunkte mehr, mehr Farben. Einfach ein tolleres Bild hier mit diesem Rechner. Und das ist das, was ich Ihnen auch nochmal zeigen wollte. Ich habe ihn hier nochmal genauso. Er sieht also wirklich ganz genauso aus wie der andere. Aber ich habe ihn eben, glaube ich, gar nicht von hinten gezeigt. Schauen Sie mal, wie der von hinten aussieht. Großes Apple-Zeichen. Jeder sieht sofort, dass Sie einen exklusiv teuren Rechner haben, der eben kein teurer Rechner ist, weil Sie ihn hier gekauft haben. Und dann hier diese Tiefe, diese Bautiefe. Natürlich kann man den auch hier neigen, verstellen. Ein Kabel nur. Das ist ein super schicker, eleganter Rechner. Ingo, nochmal ganz kurz zum Zusammenfassen. Wo liegt jetzt der Unterschied zum Vorgängermodell? Der Unterschied zum Vorgängermodell ist, wir haben eine doppelt so große Festplatte drin. Das heißt, wir können noch mehr Daten brauchen. Doppelt so groß, also zwei Terabyte. Genau, zwei Terabyte. Und wir haben auch noch ein etwas höher auflösendes Display. Das heißt, hier haben wir nochmal ein besseres Display. Das andere Display war schon hervorragend mit QHD-Auflösung. Dieses hier hat tatsächlich 5K. Das ist fünfmal HD-Auflösung. HD haben Sie bei sich im Fernseher. Das müssen Sie sich jetzt noch fünfmal schärfer vorstellen. Und das hier auch zu einem unglaublichen Preis wieder. Natürlich mit Kamera hier oben für FaceTime, mit den Lautsprechern. Du hast gesagt, Sie sind hier unten drin, wo wir eben dann den super Sound dabei haben. Mikrofon ist auch eingebaut. Sie brauchen wirklich nichts mehr reinzustecken. Es geht alles. Fantastisch. Ja, doch hier schauen wir mal ganz kurz auf Pearl.de, damit Sie wissen, dass Sie wieder super clever sind. Das ist eh was, 1.300 Euro. Sie sparen exklusiv nochmal 150 Euro. Ihr TV-Sonderpreis 1.149,99 Euro für diesen generalüberholten iMac. 27 Zoll groß, 5K-Bildschirmauflösung, 2 Terabyte Speicher, i7-Vierkernprozessor, großer Arbeitsspeicher, eine unglaubliche Geschwindigkeit und wahnsinnig viel Spaß beim Arbeiten. Also es macht einfach Spaß daran zu haben. Das flutscht alles. Also ich kann es anders nicht erklären. Es wird Ihnen richtig Spaß machen. Sie werden da sofort reinkommen. Es ist alles zusammen konfiguriert, dass es eben alles zusammenpasst. Und es sind keine Kabel mehr dran. Es ist nur noch das Stromkabel. Das ist alles, was Sie brauchen. Sie können damit sofort loslegen mit einem Rechner, der normalerweise deutlich über 2.000 Euro kostet. Heute zum TV-Sonderpreis. Für die nächsten zwei Stunden sparen Sie nochmal extra richtig Geld hier. 1.149,99 Euro. 1.149,99 Euro ist ein unglaublicher Preis für diesen tollen, tollen Rechner. Ja, ich sage Ihnen nochmal die Bestellnummer. Die REF 4079 und die 569, 2 Terabyte Festplatte und 5K muss ich nochmal sagen. Also die schärfsten Fernseher, die jetzt auf dem Markt sind, glaube ich, sind 4K. Also wenn Sie so einen ultraschärfen Fernseher haben, der setzt nochmal eins drauf. I5-Prozessor haben wir drin. Große Festplatte, großer Arbeitsspeicher, aber kleiner Preis 1.149,99 Euro. Was wir noch brauchen, auch zu einer All-in-One-Lösung, ist natürlich meine Maus- und Tastaturkombination. Und diese ist selbstverständlich, die wir Ihnen anbieten, hier fabrikneu. Aber ich weiß, bei Apple zahlst du über 100 Euro für diese Kombination. Ich glaube, du zahlst sogar 150 oder 200 Euro dafür. Ich glaube, nur die Tastatur alleine kostet mittlerweile schon über 120, 130 Euro. Also nur die Tastatur. So, hier haben wir Tastatur und Maus in diesem wunderbaren Design für 18,99 Euro. Gleich mitbestellen. Ja, gleich mitbestellen, kabellos. Die ist so super, weil die auch im Design dazu passt. Weißt du, mit den weißen Tasten, dem Aluminium, die Maus ist auch so schick, so elegant. Und das passt einfach genau zu diesem wunderschönen iMac hier. Sehr, sehr leise. Sie haben Scissor-Tasten, das heißt, die sind sehr flach, aber auch haben einen tollen, tollen Anschlag. Tolle Druckpunkte, einen tollen Anschlag hat die und ist dabei sehr leise. Bestellen Sie am besten gleich mit dazu. Das passt alles zusammen. Übrigens, auch wenn Sie schon ein iMac haben, eine neue Tastatur, eine neue Maus ist nie verkehrt. Und diese sind selbstverständlich kompatibel und Sie sehen auch, relativ geht nicht aus. Die Bestellnummer, die PX4888 und die 569, der Preis nicht 80 Euro oder 100 Euro, 18,99 Euro. Wir hören in diesem Moment übrigens, dass unser erstes iPhone SE für 123,50 Euro schon fast ausverkauft ist. Da müssen Sie bitte schnell sein. Aber das gilt bei allen unseren Geräten. Wir kriegen selten Apple-Geräte in dieser Qualität, also erste Wahlgeneral überholt. Und dementsprechend ist natürlich auch die Nachfrage dann riesengroß. Ich liebe diesen Rechner. Also den kauft Ihnen irgendwo weg, wenn Sie nicht schnell genug sind. Aber bitte, bitte, wenn Sie eins unserer Geräte wollen, gehen Sie schnell ans Telefon. Sichern Sie sich diese Schnäppchen, bevor unsere Servicemitarbeiter sagen müssen, leider ausverkauft. Lassen Sie es nicht so weit kommen und dann viel Spaß damit.